Dann soll Eberl neuer Bayern-Sportverstand werden. Max Eberl gilt als wahrscheinlicher Kandidat für die Position des Sportdirektors des FC Bayern. Nur scheint es, dass der deutsche Rekordmeister plant, ihn zu verpflichten. Es mehren sich Gerüchte, dass Max Eberl zum neuen Sportdirektor des FC Bayern ernannt wird. Laut Sportbild soll ein konkreter Zeitplan für ein mögliches Engagement Heberts festgelegt werden. Die Verpflichtung des ehemaligen Geschäftsführers Sport bei RB Leipzig soll demnach Anfang Februar bestätigt werden. Die endgültige Genehmigung könnte in der nächsten Aufsichtsratssitzung am 26. Februar erfolgen. Geplant ist, dass Sportdirektor Christoph Freund im Wintertransferfenster mitwirkt und eng mit Geschäftsführer Jan-Christian Dresen und Manager Thomas Duchel zusammenarbeitet. Dies wird Freunds erster Wechsel als Chefteamplaner der Münchner sein. Er kam im September von Red Bull Salzburg. Hoeneß-Wunschkandidat mitten November beschloss der Aufsichtsrat des FC Bayern, die vakante Position des Sportdirektors des Vereins zu besetzen. Zuvor hatte diese Position Hassan Saliham mit Siegene. Nach Informationen von T-Online gilt Hebert als wahrscheinlichster Kandidat für seine Nachfolge. Auch er gilt als starker Kandidat für Uli Hoeneß. Eberls Ernennung wurde noch nicht offiziell von den Bayern-Chefs genehmigt. Aber dem Bericht zufolge gibt es einige, die sich gegen die Beteiligung des ehemaligen Managers von Leipzig und Gladbach aussprechen. Eberle hat beim Pokalsieger RB Leipzig einen Vertrag bis 2026. Dort wurde er jedoch im September freigelassen. Allerdings wird Leipzig für Eber weiterhin eine Ablösesumme von rund 5 Millionen Euro verlangen.